Hallo Leute, schön, dass ihr ihn geschaltet habt. In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr euren Home Assistant als FTP-Server nutzen könnt. Nicht mehr, nicht weniger. Ich zeige euch, welches Add-on wir im Add-on-Store dafür nutzen. Darüber hinaus, wie das Ganze zu konfigurieren ist, damit es ordnungsgemäß läuft. Dann zeige ich euch, welchen FTP-Client ihr nutzen könnt oder den ich nutze, damit man dort die Dateien zum Beispiel abziehen kann. Dann darüber hinaus machen wir eine Demo und laden dort drauf automatisch eine Datei von einer Kamera auf den FTP-Server drauf, damit ihr sehen könnt, dass es auch tatsächlich funktioniert. Und dann laden wir auch noch diese Datei einmal runter und spielen sie ab, sodass ihr auch nochmal die Download-Fähigkeit dann dessen gesehen habt. Und ich denke, das ist genug Content für eine Folge in Bezug auf FTP-Server. Wenn ihr solchen Content, solche Folgen nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Abonniert den Kanal, ansonsten viel zu viel gequatscht. Film ab! Der eine oder andere fragt sich jetzt, hey, was ist denn so ein FTP-Server, was kann ich damit machen und wie hilft der mir eigentlich? Naja, den FTP-Server, stellt euch den so vor, das ist einfach ein Server, da könnt ihr Dateien hochladen und wieder runterladen. Und das Allertollste ist, dass es jetzt nicht irgendwie auf einen Nutzen beschränkt, sondern ihr könnt da mehrere Sachen draufladen, zum Beispiel Bilder, ihr könnt dort Videos hochladen, ihr könnt die Aufnahmen eurer Überwachungskamera dort draufladen, wenn ihr sagt, hey, ist mir ein bisschen zu riskant, wenn dort die SD-Karte direkt in der Kamera drin ist, was ist, wenn ihr einfach jemand abschlägt, die Kamera mitnehmt, dann ist ja die Aufnahme auch futsch. Richtig, ist futsch. Aber wenn ihr das woanders speichert, zum Beispiel auf einem FTP-Server, dann bleibt das auf dem FTP-Server gespeichert, solange bis der FTP-Server abbraucht, natürlich, ist klar. Ganz wichtig an dieser Stelle, ihr solltet das nicht benutzen, wenn das Speichermedium auf dem Home Assistant läuft, klein ist. Das heißt, wenn ihr so eine kleine SSD habt mit 64 GB oder so, dann lasst die Finger weg. Es sei denn, es sei denn, ihr wollt das nur zum Probieren benutzen, ein bisschen reinschnuppern, schauen, wie das Ganze funktioniert und euch in die Thematik einarbeiten und ein bisschen Erfahrung sammeln. Dann macht das sofort, das ist auf jeden Fall toll, da braucht dann die Platte echt nicht so groß sein, dann könnt ihr einfach dort Sachen draufladen. Wenn ihr aber vorhabt, dort lange Zeiträume von eurer Überwachungskamera zum Beispiel draufzuladen oder viele Videos draufzuladen, auf die ihr dann mit eurem Fernseher drauf zugreifen möchtet, um das abzuspielen oder viele Bilder drauf speichern möchtet, dann fangt da direkt mit einem Terabyte oder mehr an. Ansonsten habt ihr da gar keinen Spaß und es wird euch dann nur ärgern, dann die Platten dann auszutauschen und so weiter. Somit ist genug gesagt, also los geht's! Um nun euer Home Assistant als eine Art FTP-Server zu benutzen, gehen wir zu den Einstellungen. Wir müssen dazu zu den Add-ons. Wenn ihr den Bereich Add-ons noch nicht kennt, ich habe euch ein Video gemacht, da bringe ich euch den Add-on-Bereich näher, schaut euch das an, dann seid ihr auch mit diesem Bereich vertraut und wisst dann, wie ihr dort klicken müsst und was das alles dann bedeutet. Hier gehen wir unten rechts auf Add-on-Store und jetzt gebt bitte einmal FTP ein. Da bekommen wir dann hier dieses Add-on und da drücken wir einmal drauf. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal die Dokumentation zu diesem Add-on an. Wenn wir nun etwas weiter runter scrollen, bekommen wir hier so beispielhafte Einstellungen, was man hier so machen kann und wenn wir noch weiter runter scrollen, dann sehen wir auch, was das Ganze bedeutet. Und speziell zwei Sachen sind hier ganz spannend, unabhängig von Username und Passwort, also das ist hier klar, dass wir das ändern müssen, aber noch spannender ist der Bereich, dass wir den Download einmal erlauben, dass wir auch Sachen vom FTP-Server, zum Beispiel unsere Videos von der Wie-Bauchens-Kamera runterladen können, aber auch genauso Upload und dann noch der Zugriff auf gewisse Directories. Jetzt gehen wir einmal zurück, springen zu den Informationen und drücken dann hier einmal auf Installieren. Jetzt wurde das Ganze installiert, aber es hat noch nicht gestartet, das sehen wir hier an dem Knopf und oben rechts hier an diesem roten Kreis. Wir gehen aber zunächst einmal zur Konfiguration. Im Bereich Konfiguration gibt es nun, wie eben erwähnt, Optionen hier einzustellen. Der Port ist z.B. 21, das wir dann gleich beim File-Programm brauchen, um auf den FTP-Server zuzugreifen. Dann haben wir hier nochmal weitere Einstellungen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, SSL zu aktivieren. Das mache ich jetzt nicht, aus dem einfachen Grund, weil ich das Ganze lokal nutze, also die Kameras speichern lokal hier auf mein Home Assistant, welches lokal betrieben wird und ich greife hier lokal über mein WLAN auf das Home Assistant drauf, von daher passt das Ganze. Wenn ihr aber SSL braucht, dann könnt ihr das hier einstellen, könnt es dann aktivieren und dann funktioniert das Ganze auch. Hier gibt es eine spannende Einstellung, maximal Clients, ist standardmäßig auf 5, könnt es auch reduzieren und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo es wirklich spannend wird. Zum einen der Username ist standardmäßig Hasio, das könnt ihr so verändern, wie ihr das gerne hättet. Das Passwort ist change.me, das ändert ihr dann auch bitte, so wie ihr das gerne möchtet. Ich mache jetzt einfach mal ha, dann haben wir hier einmal ha, FTP-Test 1, 2, 3. Den Download werden wir hier einmal auf True setzen, dass das erlaubt ist. Den Upload auch. So, und darüber hinaus, Add-ons, Backup, Config ist jetzt nicht weiter relevant. Media und Share darf bleiben. Dann könnt ihr das Ganze hier speichern. Es gibt auch eine nicht verwendete optional Konfigurationsoption, die man hier anzeigen kann. Wenn ihr das aktiviert, dann haben wir hier oben ein Lock Level mit einem Dropdown mit unterschiedlichen Optionen. Und wenn wir weiter runter scrollen, haben wir dann hier nochmal I like to be Pwned, diese Option. So, das können wir wieder ausschalten. Wir speichern einmal. Wichtig, wenn ihr nachträglich hier Einstellung verändert, speichert, wird das Add-on jedes Mal neu gestartet. Jetzt gehen wir zu den Informationen, aktivieren einmal Watch Dogs, sofern es für euch relevant ist und automatisch Updates und dann starten wir das Ganze. Jetzt hat das Ganze auch gestartet und das ist wunderbar. Somit ist hier unser FTP-Server live und wir können das jetzt nutzen. Ich zeige euch jetzt beispielhaft anhand meiner Reolink-Videotürklingel, wie ich dort die Video- und Bilddateien auf diesen FTP-Server laden lasse. Automatisch immer wieder, wenn neue Bewegungen erkannt werden oder neue Besuche erkannt werden und so weiter. Übrigens, wenn ihr mehr Informationen hier zu Reolink möchtet, ich habe dazu ein Video aufgenommen, oben rechts. Schaut euch das gerne an und dann habt ihr dieses Gerät auch näher kennengelernt. Bei den Einstellungen gehen wir unten auf FTP zwischen E-Mail-Alarm und Sirene und das Ganze ist schon aktiviert. Wir gehen dazu zunächst einmal zu den FTP-Einstellungen. Bei den FTP-Einstellungen könnt ihr zum Beispiel sehen, die Server-Adresse ist die von meinem Home Assistant. Das ist bei mir ganz normal mit der Endung 20. Je nachdem, was bei euch ein Home Assistant ist, tragt ihr das bitte oben ein. Der Port ist 21. Warum? Weil wir das eben hier in der Konfiguration festgelegt haben. Das heißt, wenn ihr einen anderen Port festlegt, dann müsst ihr das auch hier dann dementsprechend verändern. Der Benutzername ist jetzt hier auch Hasio und ich muss jetzt hier das Passwort anpassen, weil ich vorhin einfach ein anderes Passwort genommen hatte für Testzwecke. Ich mache jetzt einfach hier das Passwort, was ich auch dort eingetragen hatte. Übertragungstyp könnt ihr automatisch lassen. Ihr könntet auch auf PASV gehen, aber so funktioniert das wunderbar. Dann habt ihr hier, es ist einfach ein bisschen kryptisch hier mit der Bezeichnung Fairness Verzeichnis, aber damit wird einfach nur der Ordner gemeint, welcher auf dem FTP-Server erstellt werden soll, um Bild- und Videomaterial von der Videotürklingel abzulegen. Dann könnt ihr in dem Fall noch hier Reling-spezifische Sachen einstellen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, wie Auflösung, Unterordner, Hochladen, Bild und so weiter. Das ist alles Reling-spezifisch und das ist jetzt nicht relevant. Wir drücken einmal auf Speichern und jetzt kommt das Spannendste. Oben rechts drücken wir einmal auf Test und der FTP-Upload-Test war erfolgreich. Das heißt, das hat funktioniert. Wunderbar. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier auf unserem Filesystem an. Jetzt kommt ein Teil, den ich persönlich sehr schade finde. Denn diese Dateien, die jetzt unsere Videokameras oder andere Sachen, die wir jetzt auf diesem FTP-Server ablegen, um auf diese zuzugreifen, brauchen wir ein Programm. Derzeit ist es nicht möglich, zumindest mir nicht bekannt. Wenn es euch bekannt ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe auch die Community-Foren durchgelesen, habe nichts gefunden. Auch über den File-Editor ist es leider nicht möglich, auf diese Dateien zuzugreifen. Das bedeutet, wir brauchen jetzt einen FTP-Client. Und dazu habe ich einfach mal hier diese Seite gefunden. Da könnt ihr euch anschauen. Da gibt es hier neun verschiedene Clients, die hier aufgezeigt werden. Manche kosten was, manche sind kostenlos, manche sind nur für Windows, manche für macOS. Und ich selber habe jetzt einfach FileZilla genommen. Es hat so ein altes User-Interface, aber das war mir total okay. Ihr seht hier auch nochmal die Vorteile und Nachteile. Und das seht ihr noch bei den anderen auch. Und sucht euch einfach aus, was ihr gut findet, was euch gefällt. Ich bin jetzt einfach bei FileZilla geblieben. Dann könnt ihr das Ganze auch hier runterladen. Könnt da draufgehen, ladet euch den Client runter, entweder von FileZilla oder von jemand anderem. Und dann können wir hier direkt weitermachen. Ich öffne jetzt FileZilla. Wenn ihr FileZilla öffnet, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Ich gehe jetzt auf dieses Programm nicht ein. Das ist an sich relativ einfach zu nutzen. Ich zeige euch, wie ihr jetzt auf euren FTP-Server von Home Assistant euch einloggen könnt. Und wie ihr dort Dateien runterladen könnt. So, ihr seht schon, die interessanten Sachen sind direkt hier oben links. Wir fangen mit dem Server an. Das ist dort, wo quasi euer Home Assistant darauf aufgesetzt wurde. Haben wir auch eben in der Konfiguration gesehen. Der Benutzername ist Hasio. Das haben wir eben so festgelegt. Und das Passwort ist ha. In meinem Fall FTP-Test 123. Und der Port ist 21. Achtung. Warum ist das so? Ich springe noch einmal zurück. Ganz kurz. Und zwar, weil wir hier beim FTP den Port 21 hier definiert haben. Jetzt drücken wir hier einmal auf Verbinden. Dann bekommen wir hier so unsichere FTP-Verbindungen. Das ist okay. Ich benutze es nur lokal. Total okay. Drücken wir einfach weg. Und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite unseren Server und unsere Ordner. Das seht ihr schon. Ich habe vorhin gesagt, ich nenne den Ordner hier Türklingel. Wenn ich jetzt da reingehe, dann bekomme ich das so, wie es in der Reolink-App quasi definiert wurde. Erst das Jahr, dann den Monat, dann den Tag. Und dann habe ich hier die ganzen Dateien. Und ich habe eben für euch eine Datei aufgenommen. Und diese Dateien, die ziehe ich jetzt einfach für euch einmal runter. Und auf der linken Seite, das ist der Bereich von eurem PC. In meinem Fall hier bei User. Und ich ziehe das alles in den Download-Ordner. So, das packe ich dann einmal hier rein. Und dann seht ihr schon, hier unten hat er angefangen, das Ganze runterzuladen. Und jetzt öffne ich das Ganze einmal. So, im Download-Ordner haben wir jetzt hier einmal die JPEG-Datei. Die Reolink-Kamera legt immer so ein Bild ab. Und dann haben wir hier einmal so eine MP4, was ich euch eben vorbereitet habe. Und da habe ich einfach mal hier für euch das Ganze kurz aufgenommen. Einfach nur, dass ihr seht, dass das Ganze auch funktioniert. Und hier im FTP abgelegt wird. So, somit werden wir hier durch. Also das Ganze funktioniert. Und ihr habt dann, so wie ihr seht, im Laufe des Tages oder auch im Laufe des Abends, hat er hier mehrere Sachen aufgenommen. Aber dementsprechend kommen halt einige Dateien hier zustande. Und das sollte euch bewusst sein. Das war mir sehr wichtig. Dementsprechend sollte halt auch euer Home Assistant Speicherplatz haben und das Ganze ermöglichen. Somit werden wir hier durch. Ich würde sagen, wir gehen rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war es auch schon. Wir sind im Outro angekommen. Kommen wir zum Fazit der Geschichte, FTP-Server auf dem Home Assistant aufzusetzen und zu nutzen. Und würdet ihr sowas nutzen? Mich persönlich würde das sehr interessieren. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ob ihr sagt, hey, das wäre total was für euch. Und das würdet ihr sofort aufsetzen und wusstet vielleicht nicht, wie das geht. Und jetzt im Video habt ihr das kennengelernt und dann nutzt ihr das. Ich bin mal gespannt, was ihr mir so unterschreibt. Ich persönlich würde das nutzen, um hier dann separaten Bereiche für die Überordnungskameras zu haben. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Aber ich finde auch die Idee cool, dass ich zum Beispiel mit meinem Fernseher darauf zugreifen kann und dann Mediendateien dann abspielen kann. Und vor allem so ein FTP-Server könnte auch helfen, zum Beispiel Fotos von eurer Kamera da draufzuladen. Dann braucht eure Kamera oder auch euer Handy, wenn ihr das als Kamera nutzt, dann nicht so einen großen Speicher und kann dementsprechend mit einer kleineren Speicherkarte auskommen. Wenn euch dieses Video geholfen hat, die ganze Thematik rund um FTP-Server mit Home Assistant besser zu verstehen, über ein Like freue ich nur ich mich. Ich sage schon mal Dankeschön. Auch der Algorithmus bedankt sich im Voraus. Und wenn jemand anderes dieses Video unbedingt sehen sollte, damit er auch so einen FTP-Server auf dem Home Assistant aufsetzen soll, dann teilt doch dieses Video einfach, damit die das dann auch sich anschauen können. Ansonsten ist es genug gesagt. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Habt eine gute Zeit. Bleibt mir gesund. Macht's gut. Ciao.